Also manchmal denke ich so, wie dumm bin ich eigentlich? Und dann spiele ich mit dir und denke mir so, Brody, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Man, der klaut mir alles hier, du Wichser. Hat mir blaues Heavy Mac geklaut, hat mir eine Hemlock geklaut. So ein Spasti, Alter. Also ich schwöre schon, zwischen euch ist die Chemie so gut. Ihr liebt euch, Alter. Ihr werdet euch jetzt gegenseitig zum Sieg tragen. Brody, warum kann ich keine Muni aufheben? Was ist das? Nö, ich sterb gleich mit Absicht. Standard Stock hier. Selekt Feuer. Guck erstmal nach unten. Ja, und jetzt rennt er dahin noch hin. Ja, Brody. Lass es mal hier in den Digger im Tunnel hier. Was? Mein Kopf juckt. Ohne Scheiß, ich habe am Anfang immer gesagt R99. Voll Scheiße, komme ich nicht mit klar. Aber mittlerweile würde ich jede Waffe dafür liegen lassen, Alter. Bin ich ganz ehrlich. Das liebe. Und ich bin voll in die Hemlock verknallt, ey. Ich finde die Hemlock mega gut. Echt? Da würde ich lieber die Prowler wählen und die liegt hier. Hier ist noch Muni dafür. Digga, hier ist noch mehr Heavy Muni. Hey, wir sind viel spread out. Schau auf die Map. Hey, wir sind viel spread out. Schau auf die Map. Brody, kann ich so hoch zippen? Oh, Brody, ich habe mein Sibbidi-Sibb, mein Grapple abgebrochen. Huch. Wie konnte das denn passieren? Dein Grapple. Mein Grapple, die Grapple. Heil. Können wir das auch noch raus, doch? Ja, ja. Brody, komm noch ich hoch. Juhu. Ich musste noch ein bisschen üben mit dem Farfiner. Aber ich kann mit diesem Sibbidi-Sibbhaken, kann ich noch nicht so gut umgehen. Check your Minimap. Ja, das ist gewöhnungsbedürftig. Also wie der eine mit dem Ding hin und her geschwungen ist, ey. Das war schon bemerkenswert. Das war schon sexy, ne? Also wie er mit seinem Ding hin und her geschwungen ist, das fand ich auch... Ja. Ich würde immer wieder dabei zugucken. Digga, ich habe übrigens gesehen in Berlin, ich habe dir doch erzählt von dem netten Boner-Ding, Dingens, ne? Boner-Dingens? Nein, der schwulen Club da. Ja. Das war gar kein Club, das war so ein Lack- und Leder-Dingens. Ich habe einen Hopp-up hier. Turbocharger. Messe? Was? Extendente Leitmag hier. Achso, so ein Allgemein-Gehaltnis oder was? Ne, das war so ein... Ähm, ein Shop, Digga, für Lack- und Leder-Klamotten. Ja. Da hat sich das Bild von außen nur getrügt. Ja, es sah halt so aus, weil da als wir angekommen sind, den Tag, da war halt mega voll, da standen voll viele Leute, es sah aus als, da war Musik und ich dachte so, Digga, was ist das denn hier für ein heftiger Club, ey? Oh, eine Spitfire. Ja. Aber da war dann die nächsten Tage nichts mehr los. Ich war ein bisschen enttäuscht, da. Aber du hast halt einfach gesehen, in... Oh, Brudi. Hä, Digga, hier ist ein Robotics. Was ich da halt am schlimmsten... Oh, du bist ein dreckiger kleiner Wichser, Alter. Na, hier, warte. Nein, alles cool, behalt den, behalt den, alles gut. Quatsch, ich hab schon den gelegt. Hier, dann nimm den. Oh, der ist auch gut. Hat er so'n Kleinen da rausgeholt, Alter. Ähm. Lassen wir durch den Tunnel, ich kann uns ja an den Simi-Zip machen da hinten. Ja, warte. Ich glaub, ich... G-Z? Nee, egal. Was mich halt am meisten abgefuckt hat in diesem Hotel, Digga, war einfach das Klo. Das Zimmer war erstmal mega klein, also... Ähm. Schätzungsweise, ich würd jetzt sagen, ungefähr... Boah, ich glaub, 16 Quadratmeter ist noch zu groß. Also, ich glaub, das war halt nur so'n Schlafzimmer. Ich mein, zum Schlafen hat's gereicht. Wir waren ja eh nur zwei Tage da. Und, ähm. Das war schon in Ordnung. Aber, was halt mega abgefuckt hat, du, wenn du im Bett gelegen hast, hast du direkt auf die Toilette geguckt. Und da war halt einfach nur so'ne Glastür, die mit Milchglas, also mit so'ner Folie beklebt war. Und dass du da halt durchgucken konntest die ganze Zeit. Und du konntest die auch nicht abschließen. Und da war halt die ganze Zeit so'n Schlitz. Wie so'ne... Wie nennt man denn das? So'ne Schwenktür oder so? Du bist doch schick. Ja, total schick, Digga. Ich sag's so zu Kim, yo, ich werd die nächsten Tage wohl nicht scheißen gehen. Ja, ich glaub. Hier, lass mal mit nem Ballon, oder? Ja, ich simpel die Sipp hier rüber und dann gehen wir mit nem Ballon da hinten, ne? Oder ist hier auch einer? Ne. Nee, ich glaub nicht. Die Zone ist an deinem Arsch. Ich weiß. Aber das schaffen wir. Digga, er macht seinen Ulti an. Warum? Wo ist er? Ja, in der Zone. Ach du! Ich dachte, er... Unser Mate ist schon in der Zone. Ich dachte, er wär Blatterhound. Entschuldigung. Entschuldigung, Sir. Wir sippen dann da hoch, ne? Äh, fliegen da hoch. Ja. Oh, Brody, die Kitzel gleich an deinem Arsch. Gile, 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 gile. Boah, ich hab's noch geschafft. Er sagt, er ist ein Gegner. Er lügt. Ich schwöre dir, er lügt. Ich kontrolliere das gleich mit meiner... Dings. Doch, kann sein, dass hier Gegner waren. Und, wo bin ich hingeflogen? Siehst du was? Ne, ne? Ne, mein Scanner hat nichts gebracht. Da unten! Aber ich hab hier... Da unten! Einer kommt hoch! Der ist runtergegangen in den Bunker. Die sind da unten. Einer ist hier unten. Da. Ja, einer war gerade hier. Ich sehe hier die Schritte von ihm. Ich hab ihn gefunden. Wo denn? Der ist hinter dem Bunker. Wo denn? Hier drin, hier drin, hier drin. Warte, er geht nicht alleine. Aber ein Caustic, Brody. Oh, Caustic. Bin drin. Auf der anderen Seite. Er ist hinten raus, glaube ich. Ja. Auf der Seite, genau. Hä, Brody, wo ist er? Er ist hier gerade noch umgesteppt. Hä, Brody? Was passiert hier? Da! Einer goldenes Schild. Oh, da kommt noch was, oder? Oh, da kommt noch umgesteppt. Oh. Hab ihn. Das war closed, Alter. Der hätte mich fast auseinandergenommen. Ich würde die Triple Take ganz gerne tauschen, Alter. Hat er noch was Leckeres dabei? Digga, so ist doch schon viel besser. Deployer, er ist los. Digga, was hat der für einen geilen Shit dabei? Digga, was hat der für einen geilen Shit dabei? Aha. Korrekt, Brody. Ken J. Da wurde jemand wiederbelebt. Hier direkt. Ich zippe die, ich mach ne Zipline rüber. Komme. Oh, Brody, die ist komplett reingeschissen. Junge, was war das denn? Ja. Brody, ich komm hier nicht hoch. Wo sind die? Siehst du was? Wo sind die hin? Da hinten schießen die. Ich höre, wir sind einfach an dem jetzt vorbeigelaufen, wo die den wieder geholt haben. Kann das sein? Die sind da drüben. Da oben? Da oben. Ja, da sind da. Ich seh' die mit meiner Ulti. Ja, die haben sich grad noch einen Spaß erlaubt, Digga. Die haben sich grad selber bekriegt. Hab einen. Geil. Digga, die haben sich grad richtig... Hier ist ein lilanes Schild drin. Die haben sich grad die ganze Zeit selber geboxt. Digga, wie dumm. Der eine hat den anderen grad wieder belebt hier. Ja. Ja, dann waren das doch die. Ich dachte, das wäre weiter drüben gewesen. Ey, wir sind gar nicht in der Zone Reno. Lass mal mit der Sibbidi Sibb da. Ja. Ich musste grad mein Auge abwischen. Dein Auge abwischen? So wie Arsch abwischen, wo das halt das Auge ist. Ey, Digga. KenJ und ich sind schon weg, ne? Okay. Für den Proveler. Ja. Hab ich doch schon. Hier ist noch ein Mad Kid. Guck mal. Oh. Ja, oder so. Brody, wohin? Level 2. Hat er schon. Nur du hast keinen lilanen. Ich fährt grad auf. Ne, nur er nicht. Ich fährt grad auf. Ich hab gar keine Squats. Äh. Mann. Oh. Brody, links. Was hast du nicht? Keine Scopes. Oh, der ist sogar in der Nähe. Ja, das ist da drin, Digga. Ich hab keine Granaten. Ich kann nicht hoch. Oh, Brody, ich wollte beschießen. Hab ihn. Granate. Ein paar. Jungen, die haben ja nur Granaten. Junge, was kommt denn da noch an Granaten? Berückt euch mal. Digga, noch ne Granate. Noch ne Granate. Digga, der hat den ja wieder geholt. Digga, die steppen hier runter. Ich bin hinterher. Digga, der eine ist ohne Schild. Hab ihn. Der ist low. Hab ihn. Ich muss ganz kurz Dings nehmen. Korrekt. Hab ihn. Ich hab schon wieder den Kill-Spitzen-Reiter, Digga. In jeder fucking Runde. Da kommt noch ein Squad. Pass auf. Oh. Oh, Brody. Übelst du die Schatz kassiert? Hab ihn. Ein Squad noch. Wuhu. Tür ist aufgegangen. Ah, fuck. Ich gebe weiter Lifeline. Jawoll. Zweite Runde untereinander. Schmeckt gut, ne? Schmeckt gut, ne? Obwohl die noch ein bisschen weich sind. Hast du dir gerade gegeben? Oh, was ist noch ein bisschen weich? Mmmmm. Mmmmm. Mmmmm.